Seit 2008 bieten wir als eines der ersten Unternehmungen in der Schweiz Segwetouren an. Dabei legen wir auch grösstmöglichen Wert auf eine gründliche Einführung. Das ist auch der Grund, warum wir keine Kurztouren anbieten. Durch das Fahrtraining fühlen sich Teilnehmer viel sicherer und können die Tour anschließend auch wirklich geniessen. Man erlebt die schöne Stadt gemeinsam und doch ist jeder sein eigener Pilot. Seit meiner Kindheit wächst die Stadt und verändert sich. Als Stadtführerin lehre ich auf jeder Führung die Stadt neu und anders zu kennen. Das Besondere auf der Segwetour ist, dass wir zusätzlich zu der Altstadt auch die anderen Quartier anschauen können. Und sie verbindet Geschichte mit Fahrspass. Untertitelung des ZDF für funk, 2017